hallo und herzlich willkommen zurück hier bei dirt 4 in der 86. folge wir sind in gridwood syr unterwegs warmland schweden bei festgefahrenen stehe um 18 uhr 50 und wir können loslegen bisher sieht das mit den sponsoren immer ganz gut aus eins haben wir schon abgeschlossen 1 werden wir nie abschließen sondern befassen die anderen müssen wir sogar fahren ich habe erfahren dass heute auf der strecke ein unfall passiert ist okay also liegt steht irgendwo im fahrzeugraum 3 minuten 9 mit tipp koppel er ist anscheinend der zweitplätze letztes mal vergessen in der frage noch einzubinden als eventergebnis aussieht aber egal in rechts 5 überwälder so wenn man schon mit vollgas los merkt man richtig dass er schlecht ist weil die anderen dadurch viel besser starten und wegkommt das ist ganz wichtig in links 6 überwälder 60 rechts 5 links 3 durch senke 60 rechts 5 welle 60 rechts 6 bauchstäbe gehen 80 links 5 lang links halb überkuppe rechts 6 überwälder 60 links 4 rechts 6 überwälder 60 rechts 5 durch senke 60 rechts 3 durch senke 60 rechts 6 überwälder 60 links 5 rechts 5 lang sänke links 5 links 5 Leinsamer ist halt langsam, ne? Und wenn die Einhorn-Lechste ist, das ist halt die nächste Leinsamer. Aber ich glaub mal, dass... Oh, wir wurden überholt. So, der war hier ganz schön schnell unterwegs. Das heißt, wir haben gut Zeit verloren, aber wir sind Gesamtzeit erst da. Also, der mag zwar schneller gewesen sein, aber Gesamtzeit nicht durchfahren, wenn man noch von vorne, also Kruppe sogar. Okay. Weht links, wir fahren jetzt vorbei. Aber das ist erst zu 100. Da dann raus. Das ist schon mal schlecht für uns zu lösen. Also, weil wir dehnen natürlich in den letzten, wenn wir fahren wollen. Jetzt der Abwechslung bei uns zu kriegen. Links, vier, lang, durchsenken. In links, drei, überwenden. Rechts, vier, überwenden. Rechts, vier, überwenden. Rechts, vier. In links, vier, durchsenken. Bauchstämme außen. Achtung, rechts, drei, durchsenken. Rechts, sechs. Oh, ein bisschen sehr schnell. Ein bisschen ferngekommen. Komm, lieber. In links, fünf, überwenden. In rechts, sechs, durchsenken. Links, vier. In rechts, eins. In rechts, fünf. In links, sechs, lang, 60. In links, sechs, lang, 60. Rechts, vier, gucken. Links, drei, lang, überwenden. Na, das klingt sich immer noch nicht gut an, aber ich werde dann immer gleich ein Service holen, und sagt dann nö, und drüber alles in Ordnung. Alles klar. Langsam für den Marshal. Nee, gut genug. 14 Sekunden auf Team, 20 Sekunden auf. Ah, Sepp, T-Spencer mit 26 Sekunden. Abgezogen. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Also noch gut Zeit rausgefahren. So. Weiter geht's. Nach Sandball, Sjö. Und Servicebereich. Da haben wir zwei hintereinander. So, in Sandball, Sjö. Oh, ziemlich lade. Ähm. Zwei Geraden am Anfang. Danach kommt ein bisschen Technikteil. 7,61 Kilometer. Kann das wirklich da vielleicht nicht sein? Wie ist das? Ich dachte, das kommt nur 54 Kilometer lange Strecken. Ah. 21 Uhr leichter Schnellstall. Zerzbereich. Okay. Ähm. Zumal wir eh glaub ich nur noch an. Insgesamt vier Dingern hier nach Teilnehmen. Also da könnten fast die Sponsoren auseichnen. Notfalls tausche ich die einmal früher aus und gut ist. Gucke ich mal nach den ganzen Events hier. Wir haben teilnehmen wollen. Brauchen wir einen guten Ruf. Unseren Meisterschaften teilnehmen. Wir fahren nur mit vier Meisterschaften. Von daher. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Los. Rechts drei. Durchsenke. In links fünf. Links fünf. Links sechs. Wende Gruppe. Rechts fünf. Lang überwählen. Nur einfach. Hier wird es nochmal die Gefühle haben. Das ist die Besten und die Besten zu sehen. Oh nein, nein. Keine Strafzeit bitte. Oh nein, nein. In links sechs. Überwählen. 60. Links sechs. Wende Gruppe. Rechts fünf. Lang überwählen. In links sechs. Überwählen. 60. Rechts sechs. Überwählen. Rechts sechs. In links fünf. Kuppe. Wende. Rechts sechs. 60. Rechts sechs. Aber das stört mich nicht, weil ich weiß, dass es dahinter schneller wird. In links fünf. Lang überwählen. Wie ist den Wagen so groß zuerstellen und dann beschädigen. Kuppe. Wende. Rechts sechs. 200. Achtung. Kuppe. Sprung. In rechts vier. Lang überwählen. Kuppe links. 4. 60. Links drei. Durchsenke. Links halten. Überwählen. Sprung. In rechts vier. Durchsenke. In links. 4. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Rechts sechs. Links sechs. Senke. 80. Kuppe. In rechts fünf. Überwählen. In links. 6. Unter. Mittig halten. Überbruch. Sprung. 60. Kuppe. 60. Links drei. Durchsenke. Links halten. Überpuppe. Sprung. In rechts vier. Durchsenke. Auf. Machbar gleich sieben Sekunden. In links vier. Lüge da reingepflegt. Auf. Versammzahl zu den drittern. Ist in Ordnung. Wir werden uns jetzt vermieten. In rechts vier. Lang durchsenke. Links fünf. Überwählen. Links vier. Jetzt ist er aber auch noch häufig zum Unterwegswählen. Überwählen. Links drei. Durchsenke. Wir holen immer die Zeit raus ey. Rechts drei. Durchsenke. Alter, das ist die weiße Kuppel, genauso vorbreitet, oder so ein helles, alter Schwede. Dann kommen wir jetzt links auf der Zweck und gucken, sind wir vorne. Kuppel links, 4, 60. Links 3, durchsenke. Das ist ja immer wieder derselbe. In rechts, 4, durchsenke. Jetzt haben wir 80 Minuten Vorsprung schon. Links 5, in rechts, 4. Die 90 Grad rechts, lang. Links 6, 130. Mittig halb über großen Sprung, 60. Kuppel, 60. Rechts 5, über Welle. Links 4, lang, durchsenke. Oh, oh, oh. In links 3, über Welle. Verlengt, verlengt, verlengt. Rechts 4, über Welle. Links 6. Kuppel 80, senke. Rechts 6, links 6. Rechts 4, in links 4, durchsenke. Achtung, rechts 3, durchsenke. Achtung, links halb über Kuppel, Sprung. Links 4, in rechts 5, durchsenke. In links 4, über Kuppel. Links 4, über Welle. Rechts 3, über Welle. In rechts 4, lang, durchsenke. Links 5, über Welle. Rechts 4, Kuppel. Links 3, lang, über Welle. In Kuppel, Sprung, 60. In Kuppel, Sprung, 60. In Kuppel, Sprung, 60. In Kuppel, Sprung, 60. Auf dem Zeitplatz, hier, gerade, 23, von der Gesamtzeit her. Rechts 4. Sind hier echt gut unterwegs, bin ich etwas sehr konzentriert. In rechts 5. Oh. Sehr konzentrierbar, dann verkack ich das und höre. In links 6, nach 60. Oh mein Gott. Das ist der Licht war, denn die 4, ey. Das geht aber besser hier. Das geht aber besser hier. In links 5, über Welle. In rechts 6, durchsenke. Achtung, links 4, über Kuppel. Rechts 3, durchsenke, mach zu. 2, Kuppel. Also Zeitbrit hier, ey. Links 4, über Kuppel. 150. Mittig halb, über großen Sprung, 60. Eine Latungsprüfung. Wie man zum Land mag. Kuppel, 60. Links 5. Rechts 5. Links halb, über Kuppel. Links 6, durchsenke. In Kuppel, vielleicht Sprung, 60. Links 4, in rechts, 2. Lang, über Welle, Kuppel, bis Ziel. Boom, boom, boom. Langsam zum Marsch. Oh nein. Im letzten Ding, aber wir hatten endlich wieder einen zweiten Bereich vorletztem Rennen. Das weiß ich. 6 Sekunden auf den zweiten 34, auf T-Kuppel. Ja übrigens, auf 3. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. gut gemacht. Oh, und sogar sehr viel Licht, dann kaputt gegangen am Ende. Oh naja, kann man nicht erinnern. Wie sieht denn überhaupt die event Ergebnisse aus? Wir sind ähh... zwei minuten 19 vorne zwei minuten das ist sehr 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 viel zeit 5,7 7 kilometer und 4,34 ok sollte alles sehr gut machbar sein und die zwei minuten das sollte man eigentlich nicht verlieren können so in sypelsjö baklop warmland schweden eier ganz so viele sektoren für ja guck mal 6,01 eben waren es doch 4, irgendwas dass einfach mal die strecken zwischendurch länger werden was ist das für ein anzeigefehler das ist doch bullshit alter ich wette wenn ich danach rausgehe dann steht da auf einmal die richtige streckenzahl also servicebereich 6 kilometer geht ja noch aber so wird man verarscht waren da 5,7 7 eben wo kommen auf einmal 39 das ist toll und alles läuft nach plan sollte also ein gutes rennen werden ja das ist positiv 4 minuten 16 5,4,3,3,2,1, los in gruppe sprung boah alter ich dachte das wird die letzte ist kurz man rechts 4, in links 4, durchsenke das war einfach angenehm wenn du echt kurze strecken hattest dann ist dann wales und dann in spaniien und dann in spaniien und dann oder halt dann wales besser auch ganz oft dann in australien oder halt also die drei tauschen sich durch in schweden solch die sind seit dem irgendwie nur dabei also rechts 5 senken links 5 lang kuppe in rechts halb über kuppe in rechts halb über kuppe links 3 durchsäcke kuppe rechts 3 durchsäcke kuppe rechts 3 durchsäcke kuppe das habe ich hier leider gar nicht aber durch den liegt haben wir auch glaub ich nach derzeit aus der zählte fliege das ist ja auch kackspiek uns rausgefallen rechts 4 in links 4 durchsäcke baumstämme außen Achtung rechts 3 durchsäcke rechts 4 kuppe links 3 lang überwäldern in kuppe sprung 60 überwäldern kuppe 60 mittig halten über großen sprung 80 links 3 durchsäcke links halb über kuppe sprung in rechts 4 durchsäcke rechts halb über kuppe rechts halb über kuppe das kann ja auch sein in links 4 rechts 4 über kuppe rechts 5 durchsäcke und Achtung rechts 4 rechts halb über kuppe sprung links 4 in rechts 2 lang überwäldern links 3 durchsäcke kuppe rechts 3 durchsäcke rechts 3 durchsäcke links 5 60 rechts 5 in kehre links lang kraft auf in rechts 4 Achtung links 4 über kuppe rechts 3 durchsäcke macht zu 2 kuppe links 4 über kuppe rechts 3 durchsäcke macht zu 2 kuppe in rechts 5 in rechts 5 in rechts 5 überwäldern in links 6 150 Achtung langsam kuppe sprung in rechts 4 lang überwäldern kuppe links 4 60 links 3 durchsäcke links halb über kuppe sprung sehr schön in rechts 4 durchsäcke in links 4 links 3 durchsäcke rechts 3 durchsäcke kuppe rechts 3 durchsäcke links 2 lang überwäldern rechts 4 rechts 4 rechts 4 in links 4 durchsäcke rechts 4 rechts 3 durchsäcke und rechts 3 durchsäcke colour regış drüben links die hälfte gle es tiden links rechts 4 rechts nach sich in lokale In rechts 5 In links 6, lang 200 Achtung, langsam, Kuppe, Sprung, in rechts 4, lang überwägen Kuppe links 4, 60 Rechts 6 80, überwägen, links 5, lang Links halten, über Kuppe Rechts 6, überwägen, 60 Rechts 4, Kuppe, links 3, lang überwägen Immerhin keine Strafzeit Das ist immer gut, wir haben uns ja überschlagen Alle Strafzeit Und das Auto haben wir ja auch gesehen In den Gärtungsbrücken haben wir die Heide gelassen Bisher Rechts 6 Bis Ziel Okay, gut, bring es zum Marschall Oh, 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 oh Boah Kürzel Ex-Bags gehabt, ey Nein, in der Kasse 19 Sekunden trotzdem vorne Danach kommt 21 Danach kommt 33 Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht 51 Sekunden Unterschied Das ist nochmal fast eine ganze Minute, ey Also wenn wir hier gucken 2 Minuten 30, äh, zweieinhalb Minuten haben wir Vorsprung fast Das sollte uns keiner mehr nehmen können hier in Schweden, glaube ich 4,34 Jetzt steht außer die 60,01 der Richter 4,34 ist das nächste Ich wette, jetzt passt es, weil ich es so genau gesagt habe 4,59 Da stand eben 4,34 Jetzt sind es 4,59 in Ratakans hier Machen Zählt der Startbereich auf einmal mit Zählt, äh, dass die Meter am Ende mit Vielleicht zum Typen da Dass die einfach nicht mit drin sind, sondern vorher nur die richtigen Strecken Das ist die Streckenetappe angezeigt, wird hier die Gesamtlänge Auf jeden Fall starker Schneefall für 5,55 starten Sponsorenziele sehen alle top aus Die haben sogar eine saubere Wertungsprüfung hingekriegt Gehen leider zwei und werden nur noch ein Rennen Aber egal Wir machen das jetzt einfach Laut dem Marshall sollte das ein reibungsloses Rennen werden Einfach konzentrieren Das klingt doch schon mal gut 3 Minuten 23 5,4,3,2,1, los Rechts 3 durchsenke, Kuppe Links 2 lang, überwägt Rechts 4 Rechts 5 in Links 3 durchsenke, 60 Rechts 5, welle, 60 Links 6, welle, Kuppe Rechts 5 lang, überwägt In links 6, überwägt Links 6, welle, Kuppe Rechts 5 lang, überwägt Nein, ich könnte es falsch hier nochmal In links 6, überwägt 60 Wähle, links 5, 60 Rechts 3 durchsenke, in links 5 Rechts 6, überwägt Rechts 6, überwägt In links 5 lang, überwägt In links 5 lang, überwägt 10 Sekunden, Kuppe, welle, rechts 6, 60 Links 6, welle, Kuppe Rechts 5 lang, überwägt Links 6, überwägt Rechts 6, überwägt Links 5 lang, links halten, über Kuppe, rechts 6 über Wellen, 60, Achtung, links 4 über Kuppe, rechts 3 durch Senke, macht zu, 2, Kuppe, links 4 über Kuppe, runter, rechts 4 über Kuppe. Links 2, macht auf, durch Senke, Kuppe, senke, rechts 4 über Kuppe, man muss euch noch ein bisschen mehr anstrengen, um uns zu schlagen. 4, in rechts, 2, lang, über Wellen, Kuppe, links 3 durch Senke, Kuppe, rechts 3 durch Senke, Kuppe, rechts 3 durch Senke, rechts 5 über Wellen, links 4 lang, durch Senke, in links 3 über Wellen, rechts 4 über Wellen, rechts 6, In links 5 über Wellen, links 5 durch Senke, runter, mittig halten, über Kuppe, 60, Kuppe, 60, rechts 4, in offener Kehre, links, in rechts 5, In links 6, lang, 200, Achtung, langsam, Kuppe, sprung, in rechts 4, lang, über Wellen, Kuppe, links 4, 60, rechts 5 über Wellen, links 4, lang, durch Senke, In links 3 über Wellen, rechts 4 über Wellen, rechts 4, also 8 Sekunden, rechts 4, links 3, lang, über Wellen, bis Ziel. Hier haben wir uns aber noch rauskommt, hier am Ende, da seht ihr mal, wie gut wir hier unterwegs sind. Okay, fahr zum Marshall. Wir haben uns trotzdem den ersten Platz, und gewinnen definitiv, mit fast 2 Minuten 40 Abstand, also zum 35 definitiv. Super Ergebnis, gut gemacht. Ja, finde ich auch. Wird das jetzt nochmal angezeigt hier, Wundergebnisse, ah, 25 Punkte, wow. Ah ne, da wird die Zeit angezeigt. Fast 3 Minuten, Alter, seht ihr mal, 12 Sekunden, haben gefehlt. Ja, die ja, am Anfang reingefahren hat. Also im erster geworden, haben uns die ersten 25 Punkte geholt. Ja, sauber Wertungsprobe, haben wir nicht geschafft, 20.000. Cash ist aber auch nicht schlecht. Haben wir trotzdem noch 100.000 wieder Plus gemacht. Und wir sollten fast, ja, fast Stufe 50. Ja, ein bisschen, dann können wir uns das mit der Werkstatt leisten. Ah, jetzt geht's sogar nach Michigan, USA. Ja, da jo. Da freue ich mich richtig auf die nächste Folge. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mir dein Like, da, kommentiert, was ich vergessen kann. Aber halt nicht damit, da, immer, alles, den könnt auch nichts mehr verpasst. Bis dann, haut rein. 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 Vielen Dank.